Das ist Jan. Jans Mission ist es, den Leuten die Wege zu ebnen. Denn er führt alle Menschen auf wirklich gute Pfade. Gerade versammelt er seine Schäfchen um sich. Und dann ziehen sie hinaus ins Land. Und bauen Straßen, pflastern Gehwege, ziehen Gräben, verlegen Rohre, buddeln Löcher und verschließen sie wieder. Denn Jan ist GST, Straßen- und Tiefbau. Untertitelung des ZDF, 2020